Prozent Ratner was Prozent also was sie ist halt Prozent muss sie in der Hälfte zielten hat es war dann was sie ist genau das ist ja er ja aber was noch ja was ist die Kinder halb ja und was noch halb Prozent Prozent ohr so viel mehr Prozent St hauschen erzählt ja ich habe auch von dem sagt ob sie wussten es zu tun ist so leider waren das hat schon mal kein um der moment sagt und schluss mach mal daher ist er aus ich bin ja nicht beigetreten, ja. Jo, mach Teams rein. Perfekt. Aber ihr Akzent ist übel süß. Doch. Doch. Bei mir ist der gleichzeitig. Ja. Ja. Ich bin aber am Stream, ne. Ohne das Essen. Nein. Ich hab keinen Hunger mehr. Nein. Warte kurz. Ja. 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 Was? Lama! Lama! Ja! Lami! Lami! Ich geh mir jetzt das Lama. Ja, mach ich auch. Oh! Ungeverreckt! Oh, es ist ne ne loste Lobby. Ja, es ist ne loste Lobby. Jedem hat eingekillt, es ist ne loste Lobby. Spaß! Natürlich muss ich euch wieder retten. Nog! Tot! Also, hab gefinisht mein ich, der Mensch. Wuhu, meinst ihr Heft! Ich nehm dich mit. Ja. Kamelead entführt! Oh mein Gott, er hat ein Sky, er hat wie Heavy, er hat alles. Er hat einfach alles. Er hat einfach alles. Ich hab ne Sky, ich hab ne Blau Pump, ich hab ne Blau MP, ich hab ne Lidalei wie Sniper. Aber alles, was ich brauch. Naja, und ich hatte ne Lama. Wo ist es die NoScope? Geh! Ey, ich weiß nicht, was der gerade für Aim hatte, der Typ. Finish den nicht, finish den nicht, finish den nicht, finish den. Warum? Darüber hinaus. Bis dann nach oben bei uns. Dann ist wahrscheinlich an den Heli gekommen. Guck, wenn ich hier rauf springe. Springen wir von ganz oben, von hier oben, Ihnen. Ich bringe mal auf das Teil drauf und dann möchte ich gucken ob du Damage bekommst. Mach schnell! Hat immer noch so ein Bounce Teil? Ich ja. Okay komm, probier's nochmal. Ja, ich schmeiß es einfach rein. Ihnen kommt. Und dann Kevin kommt, du jo! Und dann springt da unten drauf. Also von hier ganz oben. So jetzt. Springen! Und dann? Ich sehe deine Dinge nicht. Das ist so, dass ich das totgefallen habe. Ich krieg davon nicht mehr Damage. Habe ich die Damage wenigstens gemacht. Wow, ich hab nur mir selber da... Da kommt, warte, hier oben sind Gegner, kommt! Wir müssen nicht von hier oben abschießen. Wer ist der? Da ist der ein Crappler! Komm, du wirst nicht von hier oben abschießen, netten Crappler! Der ist da im Haus oben drin, ne? Der ist da im Haus oben drin, ne? Der ist da im Haus oben drin, ne? Ich hab 4 HP, ich bin 1! Ich hab 4 HP, ich bin 1! Ich hab 4 HP, ich bin 1! Ich hab 5 HP! Das war's für heute. Wie war der nicht drauf? Mein Internet. Ja, bin tot. Ich hab's doch noch gesehen, aber es war einfach der beste Astrid Peter, Junge. Du bist so schlecht, Alter. Du bist so schlecht. Ich hab noch einen Tonkamm. Von mich, Nock hat noch einen von denen. Du bist so schlecht. Du bist so schlecht. Vielen Dank. 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 Ah... Das war's für heute. Was sollst du denn machen? Keine Ahnung, du bist einfach schlecht Naja, und Handlanger hast du dich? Und ich bin tot Hey! Hier ist der Pump Wer will die Pump? Hier liegt sie Hinter mir ist Protos oder was? Über uns ist ein Gegner Kevin Gib mir die APG Ich bin nicht so dumm! Danke für die Minis Achtung Idem über dir Ich hab zwei Minis für dich Danke, dass du auch für die Tiers Stoff bringen! Egal Okay, dann nehm ich halt die zwei Minis mit Oder willst du die noch haben? Was? Ja! Ja, WTF Idem Achtung 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 Über dir, über dir Heal mich, heal mich, heal mich Einfach heal mich Ah, wahrscheinlich er kommt runter Achtung Protos, ne? Tordius Protos! Gamer, warum kommst du jetzt zu uns? Ich check deine Logik nicht, wie so lootest du jetzt nicht? Realt Hero einfach Ach, warum soll das nicht? Hä, wer ist denn noch gewesen? Ach so, wenn ich doch wieder gehielt bin Ich check aber nicht, wieso du dann zu mir kommst Egal Ist zwar sinnlos, dass du jetzt nicht Pleasant Realt Hero geleootet hast, aber Wo ist jetzt die Karte Idem? Okay, nein. Nichts. Wait. Noch nicht öffnen. Ah, dann gönne ich mir halt jetzt den kompletten Dressort. Ah, warte. Kommentare. Wieso werden mir bei me keine Kommentare angezeigt? Ah, Lukas Schulteis. Bin Schulte, äh, 5,8k Arena. Nice, Junge. Hast du mich schon abonniert? Wenn nicht, dann... Lass ein Abo da, Bro. Ey, Leute, es ist schon da, was wir den Heli brauchen und der Heli ist weg. Bestimmt! Der kommt! Flieck! Hab Ehrenmann! Du bist ein Gott von den... Da Ehrenmann! Hast du Bock mitzuzucken gleich? Wo sind die Gegner? Oh, lass ihn doch, wenn er nicht einsteigt. Meine Facebook-Schläger! Hat einfach einen Klon geworfen. Hat einen nicht. Sieg nicht. Sieg nicht! Gegner, Gegner, Gegner Habt ihr alle? Also habt ihr alle habt? Hat jemand Blue Life? Drei Zuschauer, wie geht's euch? Ähm, warte, nee, bin nicht da, ich schicke dir über Discord-Bild, wenn ich Champion komme. Jo. Ja, drop mal! Werf! Werf! Ich muss werfen, nehm. Ey! Nein, er ist einfach zu dumm um zu fliegen. Werf! 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 Mein Gott, mir wird es so schwindelnd. Spaß. Weil er geiern wollte, er wollte sowas von geiern. Gib mir die Minis jedem. Gib mir die Minis! Nein! Gib mir die Minis! Gib mir die Minis! Geh doch dahin! Du kriegst kein Damage jedem. Nur ich würde die Damage bekommen. Ich hoffe, er ist keine Minis. Geh doch! Schieß mal den Baum weg! Schieß den Baum weg! Ja, er ist schon weg. Mann! Ihr seid so lost, ey! Spaß! Ich hab fast keine Mads! Headshot! Das passiert bei jemandem Sparkellen, falls du fragst. Sag doch, was bei dem Gegner ist, Mann! Was? Bist du nicht weg? I was in Swipe Was macht ihr denn? Nice! Finishing! Finishing! Wir saßen, wir sind nicht gefinisht. Okay, warte, ich bin mal kurz weg, bis gleich. Okay, warte, ich bin mal kurz weg, bis gleich, bis gleich, bis gleich, bis gleich, bis gleich, bis gleich. Okay, ich bin mal kurz weg, bis gleich, bis gleich, bis gleich, bis gleich. Okay, ich bin mal kurz weg, bis gleich, bis gleich, bis gleich. Okay, ich bin mal kurz weg, bis gleich, bis gleich, bis gleich, bis gleich, bis gleich, bis gleich. Ich bin mal kurz weg, bis gleich, 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 bis Warum hast du die Gruppe verlassen? Doch. Ja, sieben Kommentare. Ja, sorry, dass ich schon ins Mikro atme. Bei mir bist du nicht mal in der Gruppe drin. Hast du Mrs. Green? Hast du Mrs. Green? So hab ich die genannt. Warum ist Edem jetzt Gruppenanführer? Wow, mach mal Duos rein. Hast du nicht die hier? Nein. Die hast du wahrscheinlich auch nicht. Dann, nein hast du nicht. Nein. Okay, warte, dann nehmen wir die hier. Vor allem an den Flügel. Hast du die Flügel nicht? Nein, also die von, also die, wie du das mit Kristall hattest. Diese Flügel sind so geil, weil du mit dem Traum sind. Ja, generell das ist das geilste Backpack, was es gibt. Und hier die Flügel hast du jetzt? Ja, hast du diese Flügel? Vier Zuschauer, wie geht's euch? Was habt ihr heute so gemacht? Hier hast du die Flügel und hast du auch die Pickaxe? Warte, nein, Kommentare. Immer noch ein bisschen. So besser. Welche? Welche Pickaxe? Was? Welche Pickaxe? Welche Pickaxe? Welche Pickaxe? Jeden Pickaxe? Jeden Pickaxe? Die Sachen hier. Die Sachen hier. Falls du Battle Pass geholt hast. Auch die Tarnung? Ja. Okay. Genauso hast du den Skin auch, oder was? Okay. Ja. Hans Haude ist Tim. Hehehe. He. Er ist eigentlich Tim so, er nennt sich aber Hans Haude. Fünf Zuschauer. Fünf Zuschauer. Wie geht's? Ah, das ist wahrscheinlich Edem, ne? Aber wie geht's euch? Aber trotzdem, wie geht's euch? Hat jemand Bock mitzumachen gleich? Irgend so ein Autospiel wollen wir vielleicht spielen. Ich weiß welches. Jetzt bist du nicht mehr in Trinem, ne? Edem. Ja. Aber bei mir ist es schon so verzüglich. Echt? Warte, neun Kommentare? Oh. Da bin ich halt einfach raus. Weißt du? Da bin ich raus, Edem. Hahahaha. Idem. Du kannst wegen mir so viel reinschreiben wie du willst. unterhält mich obwohl du es eigentlich sagen könntest lol da hat schon wieder irgend so komischer typ reingeschrieben ich meinte mich mich schüttelt es immer noch dass du immer sagst zuschauer was geht wer was soll ich sonst sagen was soll ich sagen ich weiß nicht was ich sonst sagen so hei leute wie geht's bleibt es ganz schön nr hopp haben letztens wieder fünf zuschauer was geht verlieren wir danach und frauen ich nehme die ja wie Sniper von oben hast du was in Pappen und für mich guck mal nach ach so du hast auch einen Pappen oder was hat er die heavy ja der hat die komm geh mal auf die Bounce Teile drauf wir fliegen mit Melee weiter hast du Snipermund? Danke ich bin zu dumm zu drop ich wollte mir die grün hey natürlich hey natürlich ja 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 du hast gesagt du hast hier du hast hier ich habe gehst du hast hier was ich mach mal du hast hier du hast hier nicht zu gegratet eigentlich zu was ist gar nicht los Lost. Tim schreibt Lost. Ok, ich demnste muss fliegen. Ich muss snipen. Flieg einfach Richtung, äh... Ne, Richtung, äh, Dings hier. Wie heißt das nochmal? Wo? Ja, Moment! Du hast gar nichts! Gib mir die Sniper, Moon. Gib mir die Sniper, Moon. Gib mir die Sniper, Moon. Drop die dahin! Ich wusste, dass du den Heli die Mond machst. Du musst fliegen. Tim hat mir ne Einladung geschickt. Wait. Tim, aber nur damit du's weißt, ne? Ich bin gleich wieder... Wo fliegst du hin? Zone. Also, ja, Richtung dahin, aber Zone, Zone, aber Richtung nach da. Äh... Was bist du denn? Gegner! Ich dachte, dass wir ein Vigi-Jugend hätten. Ich hab grad fast geno-scoped. Lass die no-scopen! Oha! Er hat mir sowas von den Kinn abgestaubt! Mit dem ist das der Chiris? Oha! WODER TEST! Ich hab ganz Mallotkäu... Ich hab richtig da-an-o-scop-rein! Ich hab richtig da-an-o-scop-rein. Ich hab richtig da-an-o-scop-rein. Spaß! Ich bin doch runter! Yo! Ja! Genau! Meiner Bauch fällt doch nicht und er hat mich verhört! Nicht dein Ernst! Du bist einfach schon mal risky und dann muss er sich alleine gelassen, danke! Ja, die verfolgen mich, weißt du! Ich muss so lange nur wegrennen! Wirst du nicht mehr sehen, können die das eigentlich immer sehen! Nein, das dauert natürlich nicht! Jaaaa! Untertitelung! Ich hatte die graue AR, graue MP und grüne AR, was hast du jetzt? Eine graue Pump, eine graue AR, eine graue MP und eine lilanes Sniper! Weil grau geht da nicht! Ganz sicher! Ja, ich weiß, dass du mir zuschaust! AIM! AIM! Ja stimmt, der gibt mir die Laser, das ist ja nicht so gut. todes ja dann weiß schmutz ja wohl andere gegner wie ich schon wieder abgehauen bin wie habe ich das geschafft wie ich schon wieder abgehauen bin habe ich gesagt wie habe ich das geschafft die 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 du hast du Ah, die feigt noch! Ich dachte, das wäre... Sag dich auf! Da war er doch grad. Ich muss halt pushen gehen. Ja, von oben! Was soll ich machen? Was war? Tim schreibt, was war? Ah, Tim ist Lobby! Komm, guck und äh, Spielchat! Hallo? Hallo? Tim? Hallo? Ja, hi! Ja, hör doch mal, was war das? Ich schwitze, so heißt es war... Ja, nichts zu nur tun. Ja, irrenlos. Spaß! Ja, Mann. Äh... Was? Hast du grad gesagt, deine Mom? Äh? Hast du grad gesagt, meine Mom? Nein, nichts zu nur. Nichts. Nichts gesagt, deine Mom? Ich hab grad irgendeine Nachricht bekommen, jemandem gefällt deiner, einer seiner Aktivitäten. Ach, lol! Bei meinem Livestream. Man kann es auf Playstation auch gucken, ne? Mal Livestream. Bei meinem Livestream. Man kann es auf Playstation auch gucken, ne? Mal Livestream. Mal Livestream. Mal Livestream. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab die absoluten. Ja, danke, dass er baut. Ja, aber du warst schon unten, du hast nicht so reingeschossen, während du noch nicht. Ja, konnte ich gar nicht, konnte ich gar nicht, weil ich nicht so gesprungen bin. Und ich wollte nicht bauen, weil ich hab, ja, egal, ich hab nachgeladen. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du so ekelhaft spielst. Warum? Mega, ne, ich kann ihn gar nicht mehr aufnehmen. Junge, das geht auch 14 FPS runter. Die Runde lasst für die X-Name. Junge, bei mir legt sie. Warum platzt der zwei bei uns? Die hätte ich noch gebrauchen können. Nee, weißt du, ich hab solche Legs, ne? Die Alter, auch so ein Phase-Drop, was man auf den anderen wird. Lass mal jetzt die Automap, damit Edel sieht, was das für eine Map ist, ne, Edel? Schreib mal rein, wenn du auf die Map willst. Ja, das war eine Runde hier. Mach noch die eine Runde, äh, Tim. Ja, boah, ich bin schon rausgegangen. Ich komm nicht. Jo, sie hat das auch so geschaffen. Ich bin schon rausgegangen. Ich bin schon rausgegangen. Ja, ich bin schon rausgegangen. ok 3 zu schauen was geht jetzt nur zwei wie man am lieben lacher oder was hatte nur erst nicht von ihnen der war schon von vorhin die mitte die neue maps sehen bamba kars hier in der d das ist Was ist das hier? Warum so? Hä? Wir sind doch alle drin! Ja bei mir hatten wir... Ja bei mir hatten wir... Äh... Wappen... Hä doch bei mir! Bei mir sind auch zwei Leute! Die Map ist so geil! Ach da ist Kevin! Ja! Super schön! Ohhhh! Nein! Bin runtergefallen! Na ja er ist wieder stärker! Safe! Scheiße! Tim? Ja? Ja... Sei mal ganz ehrlich welche Ballistos magst du am meisten ich die lilanen? Ich versteh dich nicht! Welche Ballistos magst du am meisten die lilanen oder? Was ist die Ballistos? Ich weiß nicht was ein Ballistos ist! Ballistos? Was ist das? Tim verarscht mich! Ja ne... Tim verarscht uns der Wind! Na ja jetzt sag mal was das ist! Süßigkeiten zu essen! Ja was? Was ist das denn? Ja genau! Hat jetzt hier erklärt, weil ich auch nicht esse! Ich wusste das Süßigkeiten, weil meine Mutter die immer ist! Was ist das denn? Was macht der denn da weg? Häh? Da erklärt du was das ist! Schokoriegel? Wo oben? Ähm... Das fühl ich direkt nicht! Schokoriegel! Tim hat die Chops genommen! Das sind Schokoriegel allgemein! Snickers und Mars finde ich auch nicht so geil! Guck mal der Chat wieviel Idem reingeschrieben hat! Kevin guck doch mal den Chat an! Junge! Aber voll süß! Arten hat den Kettchen gefunden! Ruhig rausgekommen, wenn du kommt der... Warte, tschüss! Da steht der! Ey! Falscher Knopf! Er ist schon... Ja, er ist schon... Jawoll! Jetzt! Jetzt! Kevin, du musst runterspringen! Nein! Kevin, du hättest schon lange runterspringen müssen, ne? Wenn der jetzt später runterspringt oder jetzt gerade... Na ja! Obst, dass er jetzt nicht Zweiter geworden ist oder so... Ah, irgendwie, der ist Zweiter geworden! Ja eben! Ja, aber das ist ja nicht gut! Zweiter geworden wie die Folie! Keine Ahnung! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich will nicht fassen, glaube ich! Das ist genau was Krasseres! ! Ich habe schon mal von den Klappchen! Oh mein Gott! Ich bin Standboot! Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, warum kann man nicht rückwärts? Häls op, ja weil Kevin von hinten kam her, Kevin ist halt einfach stärker, ist halt im Drecksauto da. Ja und Tim hat gebremst, das ist eigentlich nur bei dir, man konnte nichts tun, dann guck er hat sich komplett weggebracht. Ist so. Boah, ich hab voll die APS-Druck, Alter, ich hab doch mal gerade nach der PS. Kevin schiebt den einfach. Nein, ich bin rückwärts. Oh, Kevin fährt gleich selber runter. Hey Kevin, hast du Bock nochmal auf ne Wettel? Nein. Hä, wir wollten auch den Death Front spielen. Chill. Ja, wir können ja machen, aber nix mit den Autos oder was? Nein, nein. Ja, wir wollen wir die Wette machen, jetzt gleich. Weil ich geh schon so um 10 glaube auf. 10 auf. Ah ne, ey. Nein, nein, ich entscheide das selber. Achso, ja, hat Kevin mir gesagt. Oh mein Gott, war das jung, war das knapp. Bei mir, war auch nochmal knapp. Ah, wo ist Kevin? Nein. Nein. Oh, der hätte mich runter schicken können hier auf der Kante. Hä? Nein. Kevin, geh, 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 geh. Ich steh mit, geh, 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 geh. Komm zusammen auf den, zusammen auf den. Zusammen auf Kevin, los Tim. Ja, nein, nein. Wie ich mich gerettet hab. Ich bin gerne mit dich auf den Pferden. Mein Gott, war das close? Nein, nein, nein. Ich steh. Was ist denn? Yo, nein. Die haben mich... Die wollen mich zu zeig von der Web schieben, Alter. Wie assi. Du hast dich voll weggefragt. Ja, der hat sich voll nach hinten gemacht. Und dann war er auf einmal hinter dir. Der, der hat mich feiert auf dem Motorrad und wir hätten sich das nichts mehr machen können. Achtung, gleich kommen die Löcher, Jungs. Ja, Junge Keppel. Jawoll. Jawoll. Hä? Tim. Wie ist Tim da rausgekommen? Jawoll. Das war einfach dumm und... Tim, Tim. Ey, bei mir war Tim komplett drin. Ich schwöre, guck mein Livestream. Ja, 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 ja. Beim Dach. Ja, ich war auf dem Dach. Was ist denn? Ach du wurdest rausgebounced? WT! ja oh Man kann eigentlich machen was man will, ich bleib jetzt hier in der Mitte stehen. Ich gehöre mir Fahrtik-Tax. Er kann nur lenken, guck mal, guck mal, das Spiel ist so gut, wie es ist, wenn er einmal lenkt. Guck mal, guck mal, wie lächerlich. Nein, er hat Brust aktiviert. Nein! Nein! Ich dachte, du wärst auch runtergeflogen. Nein! Ich kann nicht! Ich hab nicht, woher ich jetzt so lache. Nein! Kevin will zugleich die Wette in der Firma mit mir machen. Wir müssen kurz kratzen! Junge, du wachst dich voll! Hä? Der Tim hat sich voll weggefallen. Ich bin voll weggefallen. Ich hab nicht viel weggefallen. Nein! Ich bin voll weggefallen. Adrian war voll im Loch drin. Er war jetzt nicht rausgefallen. Nein, ich bin an der Seite hierher gefahren. Also ich hab nicht so gut. Der war voll im Loch drin. Dann hat sich der wieder rausgefallen. Der wird erst runterfall. Das wär so unfair! Ja. Chill, 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 wo kommt Kevin? Wir brauchen am nächsten. Ich hab mal 5 Karten zusammengeschoben. Ja, Shabin! Nein, Shabin! Das ist so unloblich. Ich hab mit Fuß gefahren und wir jetzt auch nicht weiter. Nein! Eigentlich chill ein bisschen in meinem Handy ein bisschen. Ey! Vielleicht ist das so unfair, ne? Vielleicht ist das so unfair, ne? Ja bestimmt! Ja! 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 Du warst 20 Meter von mir entfernt und bist eingestiegen! Nein! Hä? Hä? Ich hab mich schon über 10 Metern entfernt und gepick-exed? Wie warst du 10 Meter von mir entfernt? Hör mir, ich find das nie geil, aber einfach nur pick-ex, Alter. Ich fühl das irgendwie... Da muss ich mich auch darauf vorbereiten können. Woher kommt Kevin? Da! Naja! mann willst du die west nach der runde einfach ganz normal der fände sollte sich das video angucken auch jungen das solltest du aber doch machen damit du alle tricks weiß ich habe das ja auch angeguckt ist aber ich weiß jetzt nichts mehr wir können jetzt gleich spielen ich muss nur die map rein machen ich fühle das hier mehr hast du das video von tiktok gesehen